Fock-Fock-Fock-Fock-Mocker Fock-Fock-Fock-Mocker 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 Hey Oh Please hang up and try again jetzt fliegen gleich die löcher aus dem kese denn es geht sie los die polonese verdammt verdammt da kommst du wirklich vor wie in einem segelflieger und ja ich bin öfter schon segel geflogen sagt man segel geflogen wahrscheinlich nicht segelflieger geflogen heute geht es nur ein kurzes video und zwar ein video über ein video fokker ist aufgestiegen zu einem kampfpiloten und warum weil ich das erste mal mit einem twizy fahren darf wir haben festgestellt dass von ein video über ein video dass von dem bayerischen youtuber treffen von vier leute zwei bayern sind da haben wir einen aus handover hangover und dann haben wir einen aus zeven kennt irgendwer zeven von euch ich nicht jetzt wird ein bulldog vorbei danke wahnsinn wahnsinn 100 abonnenten dankeschön ist doch nicht auf zu lachen lacht mein herz der wird zuerst enthalten hey waa was beatbox cool da fahrrad 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 schnell hoch nehm dies sind sie heim das habsen jetzt ich finde ihn geil ich wollte ihn schon immer mal fahren bin ich noch nie jetzt darf ich und da fahr jetzt schnell heim wir kurz hupen und dann wieder herfahren einfach nur so weil ich es kann voll geil das ist ja genial bloß schnell die lenkradheizung anmachen nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht ich möchte ein kleines feuerwerk für euch veranstalten kein betanken mehr preis schwanken mehr ich feier sehr das ist eben die sonne scheint so schön und wir haben ein irres chaos hinterlassen die küche schaut aus wie hölle aber meine frau ist einkaufen die kommt halt wieder und kann sauber machen ja genau hoffentlich sieht sie es nicht selbstmordgedanken kommen hoch ich will wieder ins bett so dann müssen wir noch Kameraeinstellung automatik ja so ist es los geht's nach dem intro Bremsversagen Bremsversagen war auch da hinten so gut wie keine mehr bei mir bei mir war es bloß 5 ja du hast auch eine Honda dafür ist sie umso langsam mehr raufgefahren vergaser vergaser das ist ein Baujahr 1981 was war das für eine schöne Zeit ich hatte noch lange blonde Haare ich esse jetzt ein Eis 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 Baby Padelnuss Eis Eis Baby verdammt 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 dann kommen die dümmsten Szenen von uns wie zum Beispiel diese ja und das war es eigentlich dann ja viel Spaß fürs dabei sein und falls ihr nicht dabei wart auch egal so und jetzt stelle ich bloß noch die Kamera an dass er filmt ach so der filmt natürlich ach der filmt doch super ey ja optimal ja optimal